Hey Kim, hast du Dean gesehen? Nein. Echt nicht? Ich habe ihn jetzt echt gesehen. Ja, wo ist der denn? Sag mal, hast du Dean gesehen? Nein, das ist der Kumpel, mit dem ich hier bin. Okay, ähm... Hallo, wie hinkst du? Was machst du hier? Nix. Wie nix. Es ist warm, es ist richtig warm. Oh ja. Und da ist es kalt. Joa! Was geht Leute, wir sind jetzt wieder am Start mit einem geilen Block, der Hals leer, weil es so heiß draußen ist, also es sind 33 Grad oder so, schon ordentlich, oder? Mhm. Unerträglich, ey. Ich finde es okay. Ich finde es geil. Ja, ich finde es geil. Ja, das ist auch geil. Ist es auch. Und, ähm... Egal, jetzt so, ich hoffe euch hat das letzte Video so gefallen, weil das war ja Practice bei den Wargames und... Ja. Joa, da hatte ich halt voll krass den Ersten gekriegt. Zwei Erste. Zwei Erste Plätze, ja. Für den Best Tricks und den Besten Run. Und das sind einfach alle geil gefahren. Es war so cool, alle wieder zu sehen, habe ich schon im letzten Video gesagt. Und es war einfach so eine geile Veranstaltung. Auf jeden Fall dick. Und, äh, da kam ja noch dazu, dass ich da letztes Wochenende dann Fensburg-Film war mit Kim. Kommt jetzt nämlich den All-In-Video frei. Ui. So cool, als sind wir so zu zweit da umgeballert, um einen Vlog da. Aber halt um Fensburg-Parks, ja. Glaub ich. Ja, gerne dabei gewesen. Und, äh, jetzt vloggen wir mal ganz normal, ja? Ich habe keine Schone an. Ja? Ist einfach schön. Ist einfach toll. Ist einfach lockerer auf dem Fahrrad und einfach cool und so. Oder? Ist dies. Ich habe eine Mission, die habe ich schon letztens probiert. Ich war jetzt, ich war bis jetzt nur noch einmal in der Halle. Nach drei Wochen oder so war ich jetzt einmal nur in der Halle. Wirklich? Ja, weil ich ja überall anders nach Radfahren war. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Aber es ist so ein 180 Full Cap. 180 in oder so. Keine Ahnung. Kommt mal probieren, oder? Ja. 180. 360. Ach sowas. Und noch 180 rein. Weißt du? Ja. Ja. Zu hektisch. Ich muss mal ein bisschen entspannen, ja? Ich hatte so einen Schiss. Ich hatte so einen Schiss, da runter zu gucken. Und dann in den Fakie? Das wäre krass, oder? Ja, ich finde das immer zu schwer mit den Kurbeln so. So wie die so, ne? Dass die wieder richtig sind. Ja. Scheiße, eine Stickerin oder so. Da er aber mit einer Freecoaster hier 1080s auch hundertmal nacheinander machen kann. Freecoaster finde ich voll. Ne. Ne? Ich finde Freecoaster cool. Echt? Jo. Ich komme damit nicht klar. Ich will mir eine holen irgendwann. Ja. Da ist er. Ey, kann man das Ding ja weg machen? Nur ich habe das gerade gedrückt. Nur du. Nur ich. Hat man das gesehen, dass du gezogen hast? Nein. Gut. Habe ich es alleine gemacht? Ja. Ja. Da ist so viel rumgedreht und kurbeln. Ja. 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 Ich finde das Ding wie hell läuft. Dicke Line. Ja. Okay, lieber Line. Und den machen wir jetzt dann gleich. Ja. 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 Da hat mir letztens einer gezeigt, hier die Kurbel reinballern. Hier drauf im Bunnyhop. Bunnyhop da rein. Und dann meinen typischen Transfer da, was ich sonst immer mache. Da musst du hinterher sein, Chebeck. Ach du Scheiße. Mein Schuh ist aufgegangen. Nice. Voll auf eins ey. Voll cool und so. Ich weiß nicht, ob ich das so gut drauf habe. Dann kriegst du nichts bezahlt, Chebeck. Ich werde sowieso nicht bezahlt. Und was machst du hier? Tailtaps. Tailtaps. Mach mal. Zeig mal. Ja. Ja. Was machen wir denn jetzt? Wir machen erstmal den Dreier. Von der Spine in die Box. Einen schönen Dreier. Und dann machen wir einen 180-Double-Bar. Und dann machen wir einen 180-Double-Bar über den Step-Up. Da muss ich halt wieder mit ran. Du musst halt erst wieder mit ran. Das macht nichts. Da geht vielleicht dein Schuh. Das andere Schuh geht dann auch. Ich muss den erstmal zumachen. Nee. Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen? Ich hab dann einfach hier irgendwie so gemacht. Okay. Schade. Aber wenn ich hier rauf renne dann macht es so. Machst du dann die? Ja. Ja. Leben schafft es los. Wehe. Höses Kind. Keine Eier in der Hose, ne? Vielleicht jetzt nicht zu schön der Fake-Di aber. Egal. Kann man nehmen, oder? Ja, ja. Ich dachte ich kriege den zweiten Bahn nicht rein, Alter. Weil ich richtig komisch im Winkel war. Ich dachte ich lande mit dem Vorderrad. Ich dachte ich kriege einen Vorderradhänger. So, jetzt will ich wieder hier das Ding von vorne machen. Irgendwie. Irgendwie schick. Ohohoho. Ohohoho. Dann war ich jetzt nicht bereit für. Ich auch nicht. Hast du auch gefilmt? Ja. Ey, das ging immer so auf den Sack. Manchmal gibt es einfach Tage, da funktionieren einfach manche Tricks einfach nicht. Man kennt es. Du kannst den in der letzten Session so machen und in der nächsten Session, hä? Die Mission habe ich jetzt einfach mal abgeschlossen, ja? So, fertig. Mission failed. Oder? Ken? Ja. Kann ich gehen? Ja? Einfach mal so ein bisschen rumflauen? Ja. Ich mache einen dicken Tabletopf hier an der Krotte. Ja. Ba-Tap, Ba-Tap, Ba-In. Ha? Mhm. Ha? Ja. Ei? Ei? Oh. Ohne Schoner. Ohne Schoner. Das ist dicker, das ist mein Main Trick. Ich mache den weg. Ich mache den. Ich mache den nochmal schön, würde ich sagen. Ja. Ich brauche einen kleinen Hänger, oder? Minimal. Ich mache jetzt alles nochmal. Alles nochmal. Und dann setze ich noch einen drauf. Und dann noch einen drauf? Ja. Was denkst du denn, was kommt? Ja, Whip, Footwip, Footwip. Ähnlich. Ähnlich. Das war stressig. Das war stressig. Das war stressig. Nochmal die ganze Leine oder was? Nochmal? Schön nochmal heftig schwitzen bevor wir das ganze hier wenden oder was? Würde ich sagen Boah Digga die Kraft ist sowas hinweg Das war auch fast gut gemacht ne Ein bisschen Energie reinballern Geiles Zeug Oder kennst du das geiles Zeug? Ja ja Schon probiert? Ja Und? Lecker Ja Klasse ne? Ein richtig geiles Gehl Du hast dann währenddessen du trainierst Einfach übelst viel Energie Aber du musst halt in Bewegung bleiben weißt du Und jetzt erschaffe ich dir noch Geil 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 Oder kennst du was ist das? Geil Geil Aber ich hab noch Bock Ich will jetzt mal was da hinten Ich hab noch Bock Mach eine Rolle Ist das die? Ist das die? Das ist die Schraube Die Schraube? Die Schraube, genau Okay Set Set Ich hab nicht mitgezählt Ja 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 Das ist krass Was passiert Boah Das ist komisch Fangen Alter Das war ja so geil gefangen Hilfe Hilfe! Hilfe! Alter, bist du nass, Alter! Nein! So, eingestoffen hier, nicht in den Pit sein. Raus! Raus! Das ist verboten! Ist das deiner? Nein. Dann, ey, vielen Dank fürs Zuschauen. Hat wieder Spaß gemacht zu vloggen. Würde ich sagen, like, kommentiert, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Musik